Hallo, willkommen zu einem Let's Play zu U-Boot. Das Ganze gibt so manchmal 10 Euro im Angebot. Und ich habe schon, wer den Anfang sehen will, das ist schon meine zweite oder dritte Fahrt mit U-46, U-48, das ist so klein, U-48. Der kann das auf meinem Twitch-Kanal gucken, da habe ich das live gemacht, das Ganze. Und ich mache es hier einfach weiter. Wir sind also jetzt hier in der Nordsee mit der Mission, hier eine Patrouille zu führen. Hat auch eben schon ein Schiff versenkt gehabt und wollte eigentlich die Patrouille abschließen hier und jetzt zurück nach Wilhelmshaven. Allerdings haben wir jetzt eine Einmeldung bekommen, dass ein wichtiger Konvoi unterwegs ist. So, der da wird das wahrscheinlich sein. Und die haben ein Transportschiff dabei, in dem ein Sonar-Prototyp geliefert wird, der wohl den Kriegsverlauf, also zumindest den Briten, einen besseren Sonar für den Kriegsverlauf geben wird. Was wir natürlich nicht wollen, weil die Kampagne über den ganzen Krieg geht. Von daher ist es sehr wichtig, dass wir das Schiff versenken mit dem Sonar. Ich habe leider keine Taucherausrüstung, sonst könnte ich ja sogar bergen danach wahrscheinlich im Sonar. Aber ja, finden Sie das Schiff SSS Dronning Maut. Da sind diese Konvoi drin. Unglücklicherweise ist meine Crew schon erschöpft. Torpedo habe ich schon abgefeuert ein, aber ich habe natürlich noch genug da. Naja, und eigentlich sind wir müde von allem, aber wir haben es jetzt kurzfristig bekommen in Auftrag und müssen das Ding noch holen. Und ich weiß nicht, ich habe noch nie mit einem Konvoi gearbeitet, der zwischen 7 und 16 Schiffen ist. Wir müssen ja das eine auch noch draus fischen. Also ich bin auch ein unerfahrener Kapitalität, auch wenn bisher jede Fahrt funktioniert hat und wir alles versenkt haben. Aber ich habe Bedenken bei dem Angriff. Aber da wisst ihr, woran wir sind. Das ist das Szenario auf jeden Fall. Den versuchen wir jetzt abzufangen. Haben wir den Kurs von denen? Kann ich mir irgendwie den alten Funkspruch angucken? Sonst machen wir mal einfach Punkte da rein. Also ich muss auch mit der Steuerung noch ein bisschen klarkommen, weil ich bin eigentlich gewohnt. Ne, da wollte ich nicht hin. Ich bin eigentlich von Wolfpack so ein bisschen das gewohnt, alles manuell zu machen. Und die ist ja so ein bisschen gemischt, habe ich den Eindruck. Ich will eigentlich einen Punkt dahin machen, damit ich das eben sehen kann, zwischen zwei Punkten den Kurs bestimmen kann von dem Konvoi. Das sieht gut aus. Ich muss hier ein bisschen unten setzen, den Punkt. Also jetzt nicht superpräzise, aber damit ich schon mal eine Anfahrt plotten kann, darum geht es mir. Uh, Mr. Schlampe. Aber der ist ja so weit weg, der Punkt. Jetzt kann ich den nicht mehr löschen, damit ich weiß, wo ich den vorbereite. Genau, auf dem Kurs fährt er ja dann und dann kreuzen wir den nachher da irgendwo. Kann man das nicht langziehen, den Punkt? Ja, das reicht schon für meine Zwecke. Also wenn er den Kurs jetzt nicht ändert, dann können wir den hier kreuzen irgendwo, Distanzen gucken. Ich weiß ja nicht, wie schnell die sind, aber habe ich genug Zeit, um den da vorne zu holen? Oder will man den vielleicht früher abfangen? Oder soll ich lieber nach links fahren und so weiter? Ich denke, ich fahre jetzt mit Vollspeed auf diesen Punkt zu. Und versuche dann in einer Kilometer Distanz zu dem zu sein. Genau, also wir setzen das jetzt hier mit Vollspeed erstmal da rein. Genau, let's go. Sind wir aufgetaucht und alles? Ja, ja, ja. Wir fahren schön an der Linie entlang. Und jetzt hat die Frage, ob ich den hier richtig interzepte. Ich befürchte halt, dass wir nicht so schnell genug dafür sind. Ich weiß noch nicht genau, woran das liegt, dass die keine volle Fahrt hier machen können. 25 Stundenkilometer. Vielleicht hat das mit dem Wetter da so zu tun? Wir fehlen Ausführung. Go, go, go. Aber er fährt halt nicht schneller. Also vielleicht liegt es am Wasser, am Wetter. Aber ich denke, die schafft das hier vorne. Die fahren schön auf ihrer Linie. Okay. 27 Kilometer. Ich will da jetzt nicht drüber fahren. Genau, also Sicht ungefähr. Soll ich auf Sicht dran bin? Das ist... Nein! Okay, das war jetzt ein bisschen Fail. Stopp noch mal die ganze Geschichte. Distanz 2 Kilometer. 1,7. Tatsächlich kann ich noch ein bisschen näher ran fahren. Ich will ungefähr so auf 1,5. Zwischen 1 und 1,5 ran. Ich weiß aber nicht, wie groß der Konvoi ist. Also ich will ja bestimmte Schiff draus picken. Und dann muss ich da in Stillstand gleich stehen. Also kann durchaus sein, wenn hier vorne gleich mein Ziel ist. Und hier ein Zerstörer vorbeifährt. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob ich damit vorgehen soll. Das ist ein sehr advanced Szenario, glaube ich. Okay. Ja, und jetzt warten wir auf den Freund. Die pingen natürlich fleißig, die Jungs. Wir gehen schon mal... Ich kann nicht so früh abtauchen. Ich weiß gar nicht, ob man hier noch Luft schnappen kann auf dem Ding. Druckluft nicht voll. Why not? Kompressor, oder? Ich will mal manuell anmachen, das ist leiser. Das Briefenruder. 89. Also man hört, dass er mit dem Ton ist ein bisschen komisch in dem Spiel. Man sollte jetzt eigentlich den Kompressor hören. Aber der Ton ist mal schon ein bisschen komisch in dem Spiel. So, 96%. Über die Blaststofftanks und so nachher zu fluten, glaube ich, ist das. So, jetzt ist es voll. Jetzt machen wir es aus, damit es schön leise ist. Den Kompass aus. Der macht nämlich auch Lärm. Alles ist aus. Schuhe, ja. Schotten können wir schon mal dicht machen. Ja, und jetzt warten wir halt darauf, dass der näher kommt. Und muss aber jetzt gucken, also, dass ich dann auch rechtzeitig tauche. Nur nicht zu früh. Speichere das mal gerade. Also wenn ich spiele, wird es spannend. Ich habe aber so einen Konvoi noch nie angegriffen. Nur einzelne Schiffe bisher, ne? So, immer näher, immer näher. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir halt... Also eigentlich, wenn ich so quer zu dem stehe, dann sollte ich mich eigentlich mit ihrem Sonar gut hören können, muss man sagen, ne? Unsere Lautstärke und alles. Radarsignatur. Gegen dem Periskop ist es 8 cm. Also da scheint es nicht ganz so schlimm zu sein, hoffe ich. Aber normalerweise, wenn man quer zu dem steht, ist das natürlich nicht attraktiv. Also eigentlich müsste man sich wahrscheinlich eher reindrehen. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich mich schräg reindrehen würde. Kontakt in Nähe. I know, I know. Ansonsten, die Besatzung macht jetzt Lautstärke und 80 Dezibel. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man die 80 Dezibel der Besatzung wegkriegt. Also Maschinen und alles habe ich wegbekommen. Aber die Besatzung, die macht immer diese Geräusche. Vielleicht kommt das durchs Atmen. Also habe ich nicht ganz begriffen, warum das so eine Lautstärke hat. So, in jedem Fall ist der jetzt gerade auf dem Weg. Und wir warten jetzt nochmal ab. Nur mal checken, dass auch alles richtig ist. Genau. In unserer Lauer-Stellung hier vorne. Mal einen schönen Screenshot von machen. So. Und, äh, aber jetzt weiter. Er hat ein bisschen schräg, der Freund, aber das ist, glaube ich, kein Drama. Und jetzt ist halt die Frage, ob der uns halt entdeckt, ne? So hat der gerade Halt gemacht, der Konvoi? Also eigentlich müsste der uns so entdecken, wenn wir da so stehen, ne? Hätte ich jetzt fast gesagt. Tauchen sie ab und heuchen sie. Die Frage ist halt, ob ich vielleicht wirklich ganz abtauchen will auf dem Grund und heuche, wenn die Nagel noch dran sind, auftauche. Aber dann bin ich ja lauter, als wenn ich die ganze Zeit stehen bleibe, ne? Ich bin mir da halt, wie gesagt, unsicher. Auf Seerohr-Tiefe. So, ich muss leider nach vorne kriechen, ne? Wenn du uns nämlich da passiert, dann ist der immer halt, außerhalb unserer Sicht radig, wüsste. Und ich würde lieber jetzt nach vorne kriechen, als gleich. elektrische Maschinen einstellen und dann langere Fahrt voraus. Wir machen auch ein bisschen schräg jetzt. Den Atmen schon mal löschen hier, sonst irritiert mich das gleich. Nochmal einen Punkt setzen. Dritt. Genau. Fahren wir noch ein Stückchen. Leiser. Ne, Motor ist 88 Dezibel. Aber es ist nur 8 lauter als die Crew. Also eigentlich ist das auch noch kein Riesen-Drama. Ich bin jetzt genau an der Grenze gleich. Ich stoppe den jetzt mal. Den Rest trudeln wir da jetzt rein. Und ich weiß ja auch nicht, der ist ja um den Ding irgendwie, ne? 50 Kilometer. Der kann ja auch schon hier unten sein, aber auch eben da oben. Und jetzt warten wir, dass wir da reinkommen, mal in den Cook-Radius. Und da müssen wir halt die Dronning-Maut ausfindig machen. Wir können ja den ganzen Comboi versenken, ne? Beim letzten Mal, wo ich das gemacht habe, oh, ich habe es vergessen. Blaues Licht, der mit keiner Lärm macht. Am letzten Mal hat jemand einen Torpedo einfach von rumgearbeitet, also ich so eine Aktion hatte. So, der ist jetzt angeblich in Cook-Reichweite hier, der Convoy. Wenn ich nicht sehe, heißt das, dass das halt da oben irgendwo war. Also ich kann jetzt gerne mal gucken, aber sonst würde der sagen, er hat den dann gesichtet, wahrscheinlich. jetzt gibt es hier wieder diese Wundertasten mit dem... Oh, genau. Geradeaus gucken. Da ist der Convoy. Also wir haben ihn doch gesichtet, der hat nur nichts gesagt. Jetzt natürlich die Frage, wie ich das Schiff aussinnig mache, ne? Weil ich jetzt suche. Also da ist halt jetzt ein Schiff. Das ist ein Zerstörer offensichtlich. Auf jeden Fall denken wir natürlich auch nice, aber das ist nicht mein Ziel. Vielleicht werde ich eh gleich beerdigt. Also mit dem kann ich mir ein Eis draufpacken. Da ist auch ich mal ein Zerstörer, das ist der da hinten. Tja, ist halt eine Convoy-Geschichte, ne? Also es ist durchaus möglich, dass die jetzt da oben verteilt sind. Ich müsste wahrscheinlich ein Stück näher ranfahren jetzt. Das ist der Wahnsinn, ehrlich gesagt. Ich muss ja das Zielschiff gleich ausmachen, damit ich da gut arbeiten kann. Jetzt unsichtbar geworden. Ups. Ja, das ist so ungenau, das Ding. So schön ungenau. Ich kämpfe noch mit der Steuerung manchmal. Rechts war der gewesen, ne? Tja. Die Frage ist halt, ob das unser Schiff war, ne? Haben die mir gesagt, welche Schiffsklasse das zumindest war? Also ich kann die jetzt torpedieren, aber dann alarmiere ich halt die Zerstörer. Also ich müsste wahrscheinlich näher ranfahren, um das da zu lesen. Könnt ihr das lesen? Könnt ihr das ja nicht vergrößern. Also das ist halt der Name des Schiffs. Also es sind SS, kurzer Name und etwas längerer Name. Kurzer Name etwas längerer, also es ist genau falsch rum. Dann wird es das nicht sein. Dass das Schiff euch da oben am Visiert hat, hier unten ist aber noch eins. Das wird es also nicht sein. Da ist der ganze Konvoi. Die Empire mal haben. Könnt ihr das ja hinten nicht lesen. Wird denn da recht? Da war noch ein drittes, ne? Da recht. Ein viertes. Jesus. Da sind gar keine Namen dran. Und ich kann die zumindest nicht entziffern von hier. Das ist der helle Wahnsinn, Mann. Also ich muss da einfach näher reinfahren. Gott sei Dank steht da kein Zerstörer bei zu sein. Also ich weiß nicht, ob ich das so hinbekomme, ne? Haben die mir echt nicht gesagt, was für ein Schiff das ist? Vielleicht mache ich da irgendwas falsch. Also ich befürchte, ich muss da leider jetzt reinfahren in den Konvoi, damit ich das lesen kann. Der Zerstörer ist da ja ganz hinten, Gott sei Dank, ne? Also ich versuche das jetzt einfach, aber wohl fühle ich mich dabei nicht. Okay. Okay, muss ich nochmal da durchgucken. Das ist ja Wahnsinn, Mann. Hätte ich mir nicht zumindest sagen können, in welchem Schiffstyp die drin sind, das Ding. Wie heißt du, Freund? Der erste Buchstabe, ist das ein S? Sultan oder so? Ich darf nicht lesen! Ich glaube, mit dem Freund, der da rechts war. Das war die Balham. Es ist zu weit weg, um das zu lesen. Weil diese Hitler-Community hat wirklich die dümmsten Ideen überhaupt, ne? Räder und Coda. Also das eine Schiff konnte ich nicht lesen von den ersten dreien. Kann durchaus sein, dass man einfach, dass er mir vorbeizieht. Aber ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, das auszudingsen. Also ich schleiche mir da jetzt nochmal rein. Konvoi entdeckt, das schön für euch. Ronning Mode. Ich habe wohl nicht besonders viel Zeit darauf zu reagieren, bevor einer von denen mich rammt oder so, ne? Der ist gleich genau über mir. Oh Gott, das kann nicht gut gehen! Ich sage euch, ihr habt ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. So, das ist die Balham. Das Schiff dahinter wollte ich eigentlich auch sehen. Das Pferd hat halt nach rechts, ne? Das ist mir nicht eingebildet. Das bedeutet, dass der Name auf der anderen Seite des Schiffes ist. Die verarschen mich doch! Das kann doch nicht euer Ernst sein, Mann! Kann ich mal den Funkspruch von eben lesen vielleicht? Also kann man den irgendwie aufrufen im Tagebuch. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Funknachricht. Welche waren das gewesen dann? Von U-Booten. Haben die gar nicht gespeichert, oder was? Das wäre das Buffet von eben gewesen. Hier. Der Feind verlud auf das Frachtschiff Droning Maud ein sehr wertvolles Sonarprototyp auf dem Weg nach Edinburgh befindet. Also die nach rechts fahren, sucht es dann schon mal nicht. Die kann ich dann ausschließen, weil Edinburgh ist ja links. Äh, genau. Die Versenkung des Schiffes wird den Vorschrift des Feindes die Technologie dafür machen. Der Schiff befindet sich in einem Konvoi, der mit einem Geschwindig von 13 fährt. Mehr Infos sind das nicht! Um Gottes Willen, Mann! Also alle Schiffe, die da rechts fahren, obwohl da eigentlich keins da rechts fährt, auch wenn das so aussieht. Und ich muss jetzt durch den Konvoi mich schleichen. Ich kann natürlich auch auftauchen und hoffen, dass es der Störer weit genug wäre und damit der 8-8er einfach rumballern wie so ein Weltmeister. Ich glaube, das ist meine einzige Option ist, das schnell zu machen. Okay, also wir haben es auch identifiziert. Das ist die M-Power Balhan. Das ist die Anna-Christina. Ah, nein. Also wir fahren jetzt einfach da durch und versuchen die alles zu... Ihr habt das gleich gemerkt, das ist automatisch identifiziert, ganz hinbei. Das ist die Olna. Okidoki. Dann schleichen wir jetzt durch diese Schiffe durch. Und das ist ein Zerstörer-Frage-Seichen? Also wenn ich den erwischen sollte, dann muss ich auf jeden Fall auftauchen. Schiff nennt sich das da hinten. Der fährt auch wie so eine Rennmaschine da hoch. Also das anmarkierte Schiff, was ich gerade habe. Steuerung. Das da. Wie heißt du? Sanget irgendwas. Also wie war fängt das mit Sanget an? Habe ich gerade gelesen. Oder Peanut oder... Samut. S-A-N-G vielleicht? Also so wie war nicht der Name. Definitiv nicht. Das können wir ignorieren. Genau. Empire Lynx. Da fahren wir weiter durch. Das wird als nächstes in Frage. Schneller, schneller! Ja, schneller, schneller. Wenn du nochmal brüllst, dann schlage ich dir die Zähne ein. Nach rechts gucken dann. Ach, ich darf da nicht mal raussuchen. Ich meine mal so ein Ausrad dafür, aber es ist ja Käse. Ich glaube, das ist die Eulner, das ist glaube ich unser Kandidat. Wie heißt du, Freund? Wie heißt du, Freund? Empire Fit oder so, ne? Also es hat auch wie von anderen Namen, das ist auf jeden Fall unser Schiff. Das war jetzt hier oben das, das heißt rechts davon ist noch eins, das hat man schon identifiziert eben, das war es auch nicht. Also das da ist noch ein Kandidat. Kann man das hier auch festmachen? Ich abfange. Kamera auf Einheit ausrichten. Ach, das geht auch? Aber es ist ja fast gefogelt, wenn man das so macht. So kann das ja jeder. Das ist die Schneeland. So kann das ja jeder, Freunde. Das ist ja Kinderkram. Okay. Hm. Da sind jetzt sieben Schiffe, plus den Zerstörer, da vorne sind acht. Sankt wie Thun, so eine Crew an Bord. Also wie gesagt, das ist keiner meiner Kandidaten hier vorne. Der müsste also jetzt noch kommen. Jetzt auftauchen, da könnte ich richtig Schiffe versenken, aber das ist halt nicht unser Auftrag. Es geht halt um einen wichtigen Sonar, der kriegsentscheidend sein kann. Also da, also das ist unser Kandidat. Wollen wir wetten? Da guckt ihr aber jetzt mit dem Ferndrohr hin. Das machen wir jetzt richtig. Gibt es das nicht? Nein. Oh. Also Mausrad darf man nicht bewegen. So, war das unser Kandidat? Das ist ein Mausrad. Ich muss mir mal das zukleben mit der Maus. Schneeland. War das jetzt da vorne? Das sieht teuer aus, das Schiff. Guck mal, da kann ich den Namen nicht lesen. Na, was steht da dran? Wellengang. Ich kann es nicht lesen. Die scheiß Welle. Maut. Da ist sie. Das ist unser Schiff. Ich meine, das sieht ja wunderschön aus, das Schiff. Das ist auch ein Zerstörer ganz nebenbei. Oder sowas. Aber das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. So, jetzt müssen wir das identifizieren. Das ist jetzt ein bisschen tricky hier vorne. Also ein Frachter, klar. Schornstein, Kamin vorne. Alles Flachbauten und dann eben die zwei Mäste hier vorne. Hinter ist ja noch so ein Ding. Das könnte halt, ich bin mir nicht sicher, ob das dieser hier darstellen sollte. Also ich glaube tatsächlich, dass das die Empire Tower schon sein könnte. Von der Beschreibung. Könnte aber auch ein bisschen flacher sein. Ist halt kein schöner Winkel, um das zu identifizieren. Langer Bau. Ich bin nicht gut mit sowas. Das könnte es halt sein. Empire Bell, hätte ich gesagt. Dann kommt das Fischerboot. Fischerboot Tower. Liberty. Nee, auf keinen Fall. Auch nicht. Gar keinen Fall. Geht ja gar nicht. Dann kommen die Corvette. Tanker. Empire Tower. Ich glaube, dass das eine Empire Tower auch sein könnte. So. Jetzt müssen wir halt für die eine Lösung machen. Für die Empire Tower. Noch nicht identifiziert, aber es ist ja das Schiff da oben. Das heißt, wir gucken jetzt, wo die lang fährt. Ich fange, glaube ich, alle den gleichen Kurs. Von daher ziehe ich da mal von Lineal durch. Das ist ein bisschen gröber, als wenn man das lieb ist, aber ich glaube schon, dass das akkurat genug ist und der nahe genug ran. Das wird der Kurs sein. Dann kann ich ihn gleich berechnen. Wir ziehen nicht meins da durch. Nur damit ich halt ein Dings habe, aber natürlich mit gestoppten Maschinen. Der muss gleich weg für den Torpedo, sonst ist er im Weg. Genau, Distanz. 1,6 Kilometer ist okay für den Torpedo. Da bräuchte ich nicht näher ranfahren. Und wir können auch die Kanone machen. Wenn ich nicht treffe im Torpedo, dann fahre ich halt hoch und die Kanone ausfahren. Und Torpedo ist halt cooler. Klar, kostet auch mehr als eigentlich Schwachsinn. Ich könnte es auftauchen, bam bam machen und dann abdüsen. Gerade bei den ganzen Schirpschraubgeräuschen hier, kann ich mich vielleicht sogar besser verstecken gegen den Zerstörer. Wobei der zweite ja direkt dahinter steht. Der wird gerade hier nicht angezeigt, ist da oben irgendwo. Also wenn ich auftauche, wäre ich vielleicht sogar wirklich tot. Ich habe hier im Moment vergessen. Also oben ist ja ein Zerstörer. Wahrscheinlich ist Torpedo die beste Lösung. Trotzdem haben wir danach Spaß mit dem Ding. Mit Sicherheit Spaß. Das garantiere ich euch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das gemacht. Jetzt folgendes. Jetzt machen wir jetzt mal den Kurs des Schiffes bestimmt. Also von meinem Schiff aus. Zudem, ich kann nicht, man muss nur auf den Strich klicken, sonst geht das nicht. Und auf diesen Punkt und dann hier runter. Das heißt, der Kurs des gegnerischen Schiffes ist 98 Grad. Und jetzt geht's los mit den ganzen Berechnungen. Kurs 98 Grad. Jetzt muss ich mal überlegen, das ist dann Minus, oder? Weil der nach links fährt. Also das wäre ja da. Minus 98. Genau, so ungefähr. Geschwindigkeit. Also man lässt das dann einmal ganz passieren und dann lockt man das ein hier mit der Stoppuhr. Dann wird das direkt da übertragen. Alles ein bisschen einfacher als bei Wolfspack. Da hört man hier eine schöne Kampagne. Bei Wolfspack hat man halt hauptsächlich die Simulation und man selbst überall Hand anlegt. Ich habe eben eine Stoppuhr hier sogar gesucht. Zu viel Wutfächer gespielt wahrscheinlich. So. Da haben wir das ebenfalls. Und jetzt bestimmen wir die Entfernung. Und hier im Grunde genommen bräuchte ich die gar nicht hier eingeben. Wir können aber gleich mal mit dem Tool das machen. Wir können aber gleich mal gucken, inwieweit das übereinstimmt. Also man soll mit der Wasserlinie über den höchsten Teil des Mastes sollte man abdecken. Mit diesem Tool. Hier ist unsere Wasserlinie. Das ist der höchste Teil des Mastes auf beiden Seiten. Und dann ist das hier die Entfernung. 3,1 Kilometer. Und dann kann ich jetzt ein Torpedo laden. Und ich persönlich halte das für ein komisches System. Weil ich habe jetzt die Feuerleitlösung perfekt berechnet. Wenn ich jetzt ein Torpedo aber lade. Das dauert also besser in dem Falle. Das dauert ja im Moment. Und dann ist die nicht mehr ganz so perfekt. Auf die Distanz macht es vielleicht nicht so viel aus. Rohr 1, wir bessern. Naja. Ich mache mal 2. Rohr 2, wir bessern. Weil ich habe die nämlich nicht so wartet, weil ich ein fauler Hund bin. Und dann habe ich nachher einen Dart. Das sind nämlich 2. Das geht ja hier um kriegsentscheidende Technologie. Aber ich jetzt nachher bezahlen muss. Ich hoffe, dass der gleich nicht im Weg steht. So, der wird auf jeden Fall gleich ein Torpedo dann so abschießen, wenn ich alles richtig gemacht habe. Wenn ich schon sehe, dass ich einen Fehler gemacht habe beim Torpedo abwerfen, dann muss ich mir eine Korrektur überlegen. Also vielleicht auftauchen oder direkt den nächsten Torpedo berechnen. Wegen der Distanz. Also 1,5 Kilometer wäre das die Distanz. Die Distanz wäre jetzt ein bisschen über 3 Kilometer laut der Feuerleitlösung. Ich denke, dass das realistisch klingt, weil das ja eine längere Strecke hier vorne ist. Also das wirkt auch so, als ob es 3 Kilometer ist. Ich könnte jetzt vielleicht nochmal ein Maß anlegen. Na gut, der sagt jetzt hier, dass wir 1 Kilometer sind. Also tatsächlich ist das ja mit Vorhaltung 1,8 Kilometer. Ich würde sagen, dass die Distanz massiv falsch berechnet ist, oder? Also ich schieße ihn ja von hier gleich ab und halte ihn ein bisschen vor. Das heißt, der tut 1,8 Kilometer fahren. Klar, der sagt also die Distanz, die er jetzt hat, aber die Distanz jetzt ist auch 2,1 laut dem Tool. Also ich befürchte, dass die Feuerleitlösung fehlerhaft war. Ich habe vielleicht das falsche Chip identifiziert. 3,1 Kilometer. Also laut dem Map-Tool ist das keine 3,1 Kilometer. Ich befürchte, wir haben da einen Fehler gemacht. Ich freue es mal ab und gucke mal, was stimmt von beiden und wie Map genauer als das Tool ist. War nicht fertig geladen? So, Torpedos sind raus. Eigentlich müssen wir jetzt schon Counter-Meshers machen. Aber ich will mir das in Ruhe angucken. Und ich will ja auch bereit eigentlich sein, um mich darum zu kümmern. Also eigentlich müsste ich jetzt den nächsten Torpedos darauf abfeuern, auftauchen, nochmal rumballern. Das sollte ich jetzt nutzen. Aber ich will das jetzt hier mir genau anschauen und nur darauf reagieren. Wenn das jetzt ein normaler Konvoi ist, würde ich ein bisschen mehr Risiko eingeben. Ich habe, glaube ich, die elektronischen Torpedos eingepackt. Es gibt auch welche mit Damm. Ich glaube, wenn ich jetzt so früh aufgetaucht wäre, hätte er vielleicht sogar beigedreht. Das kann auch gefährlich sein. Die Torpedos im Wasser sind elektronische. So würde man ja was sehen. Oh, das wird aber Perfekt treffen oder Also ich habe das Gefühl, dass die am Bug vorbeigehen könnten. Die gehen am Bug vorbei, ne? Ja, ich habe ja gesagt, die Distanz, das hat nicht gut ausgesehen. Das hat einfach nicht gut ausgesehen. Tja, also ich weiß nicht, wo der Fehler jetzt gelegen hatte. Also vielleicht war auch ein anderer Fehler, ne? Vielleicht war die 98 ungenau oder so. Ich glaube, die Distanz war ungenau. Ich tippe jetzt mal die andere Distanz ein. Was die keiner gesehen hat, ne? Aber ja, ich glaube, die Distanz war ungenau. Na? Genau. Man kann halt nicht das Boot anklicken, dann zieht der rum. Ich mache das jetzt mit dem Tool und Schnauze. So, 1,8 Kilometer. Schön leise laden. 1800 muss man dann eingeben. Der Rest hat sich ja wahrscheinlich nicht geändert, wenn dein Torpedo nicht gesichtet hat. Hast du die Torpedo, Leute? Wer lädt das ein? Du hast schon zwei Matronen, dann geht das nämlich schneller. Der Zerstörer wird die Sicher sichten, wenn die gleich an den Vorbeidüsen. Ich warte halt darauf, dass er die lädt, ne? Da unten ist der Balken. Kann sich den doch irgendwie anschauen. Der lädt den ja vorne. Alles klar. Das muss reichen. Rohr 1 bewässern. Der hat sich jetzt natürlich wieder ein ganzes Stück lang bewegt, würde ich jetzt sagen. Also... Rohr 1 bewässert. 1,7. 1,6 vielleicht. Los! Sonst habe ich noch ein Torpedo. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann weiß ich halt auch nicht. Ohr 3 bewässert. Ohr 3 bewässert. Ohr 3 bewässert. Wenn bald irgendwas anderes falsch. Ohr 3 bewässert. Das sieht aber viel besser aus. Auf Sie Motive. Ein bisschen Sorge. Ich glaube, dass das ein knapper Treffer vorne wird. Ohr 3 bewässert. Nein, der geht auch vorbei. Oh Gott. Oh Gott. Das hat am Anfang angeklappt. Nur das klappt natürlich nicht. Aber ich könnte euch jetzt nicht perfekt sagen, wo der Fehler lag. Ich glaube, dass die Distanz war. Aber genau weiß ich es auch nicht. Wie weit schießt ihr die 8,8? Kann ich ruhig dann näher ran fahren für? Ich mache schon mal große Fahrt. Und dann tauchen wir gleich auf. Ich bin jetzt auch noch ganz hinten geladen. Aber wie der erste Mensch habe ich das Gefühl. Ich schieße den einfach direkt hinterher. Ist das jetzt egal? Aber das wird diesmal ein Treffer. Diesmal ist er dahinter eventuell. Oder er trifft ihn noch ganz hinten. Nein, das wird ein sauberer Treffer. Also ich denke wirklich, dass es die Distanz gewesen war. Wenn das jetzt ein Dat ist. Man weiß nicht, meine Pfeife. Alles klar. Sehr schön. Jetzt kommt allerdings der Zerstörer. Also ich würde gerne noch die anderen Sachen versenken. Aber ich glaube, wir verabschieden uns. Gucken, ob alles richtig eingestellt ist. Manuell haben wir an. Schotten schließen. Blaues Licht. Und jetzt ganz unauffällig verschwinden. Das schöne Spiel ist, man kann dann auch hingehen. Und der Zerstörer wird gleich meine Richtung drehen vermutlich. Der dreht schon ab, der eine. Die hinterlassen dann eben Frax und so. Da kann man auch die Matrosen retten und so weiter. Da gibt es ein paar schöne Dinge, die man da machen kann. So. Tiefe. Wie tief können wir hier gehen, sagte? 10 Sekunden bis Einschlag. 148. Das überlebte Schiff auch. So. 148. Wir gehen auf den Grund des Bodens. Dann entdecken wir uns weniger gut. Also der ist ja relativ weit weg der Zerstörer. Wir wissen, dass da unten einer ist und dass da oben einer ist. Und ich versuche halt jetzt in Rekordzeit eben auf den Grund zu gehen, um mich da still hinzustellen, ja. Und wenn ich dann Wasserbomben um mich drum herum höre, dann warte ich halt ab. Also die Wasserbomben-Explosion, die tut auch das gegnerische Sonar halt für 30 Sekunden lähmen. Und dann gebe ich nochmal Gas und tun die Positionen wechseln. Und nach 30 Sekunden mache ich dann die Maschinen wieder aus. Und dann bomben die hoffentlich die zuletzt bekannte Position fälschlicherweise. Das ist so mein Escape-Plan. Bisher hat das gut funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das Zerstörer überhaupt meine Reichweite kommt. 90. 90 Meter. Es ist dunkel hier unten, ne? Ich kann zwar reingucken, aber dann sehen wir draußen nichts mehr. Ich will halt mit Absicht so ein bisschen draußen gucken, damit ich halt die Explosionen... Also man sollte die eigentlich hören, aber manchmal übersieht oder hört man die. Und ich will jetzt einfach die Beleuchtung sehen, wenn die die abschmeißen, die Bomben. Normalerweise sagt man so einen Namen an mir da. So, wir nehmen jetzt mal den Crew-Dude. Wir können ja mal so nah gehen. Einfach mal lauschen. Kann in dieser Tiefe nicht benutzt werden. Okay, das wusste ich nicht. So nah da unten nicht funktioniert. Das wird wahrscheinlich an der Layer liegen, ne? Diese Duck-Table, wie das heißt. Aber dann können die Gegner... Also eigentlich hören wir den Gegner die Schriftschrauben. Hören wir ja gerade, ne? 120. Na ja, wir gehen weiter tief. Also hier ist eine Tiefe. Hier rechts steht das immer. Von 142. 130. 150 Meter. So hat 150 gesagt. Ich hab 139 angeklickt. Okay. Kann ich mal... Den Kapitän mal anklicken. Außen verlassen. Guck auf. Und, hörst du was? Wom schrubbst du? Was sagen wir, schrubben kein Lärm macht? Das waren Wasserbomben. Die machen mich fertig mit diesen Aktionen, ne? Der hat jetzt gerade, wo wir ruhig sein sollten, hat er einfach ein Rohr geladen. An der Trottel. Ich komm da nicht drüber hinweg, dass sie das immer wieder machen. Ja, kein Lauf. Ich stell den mal auf Reparatur hier, dass er nicht mehr Röhren lädt. Das macht mich halt fertig vom Lärm, sowas. So. Also unsere E-Motoren sind jetzt noch laut. Die brauchte ich jetzt noch. Die mach ich jetzt aus. Das macht jetzt nicht so viel aus, weil die Crew halt 74 Dezibel laut ist. Aber wegen Blaulicht und so ist sie halt nicht ganz so laut. Also das, was wir gerade gehört haben, waren glaube ich nicht die Unterwasserbomben, sondern jemand, der die Röhre reingeschoben hat vermutlich. So. Das ist unser Sonar, was hier oben lauscht. Das ist halt eine Corvette oder ein Zerstörer oder so. Aber die haben keine Ahnung, wo wir sind, ne? Da oben ist halt das Frack. Da ist halt der eine Zerstörer und hier ist halt der andere. Also wir haben es tatsächlich geschafft, uns davon zu sneaken. Wir waren rechtzeitig weg, dass sie uns nicht mehr hören konnten. Man muss halt auch sagen, dass die Schiffschrauben nach hinten so einen Lärm machen, dass sie halt da nicht hin lauschen konnten. Also da gab es halt eine tote Zone wegen dem Lärm. Deswegen haben die uns wahrscheinlich nicht gehört, ne? Und jetzt habe ich ja alles ausgemacht. Und wenn ich nochmal einen Torpedo laden, die Volltrottel, dann überleben wir das vielleicht auch. Ne, jetzt im Grunde 46 Prozent. Okay, vielleicht können wir noch ein bisschen tiefer gehen. Ich habe nochmal ein Schiff gesucht, damit ich die Tiefe bestimmen kann. Ist aber eigentlich gepuggelt, ne? Normalerweise müsste man dafür einen Ping setzen. 153. Ich gehe noch ein bisschen tiefer dann. Aber die suchen uns halt jetzt die Zerstörer. Die beiden grauen Schiffe sind das. Wir lauschen halt nach denen. Und die haben keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind halt da vorne am Grund des Meeres. Ja, die sind auf jeden Fall am Suchen. Der eine bleibt halt zum Beschützen bei den Schiffen. Und der andere scheint so ein bisschen mehr zu suchen. Ja, die Crew ist ein bisschen gestresst. Ja, ja. Die sind halt ein bisschen gestresst, die Freunde. Wir können ja mal durch Schiff gehen, wie es der Crew geht. Also der putzt, der kann nicht so gestresst sein. Ich gucke mal gerade durch Schiffs, aber jetzt wirklich nochmal durch, um zu gucken, wo der Lärm herkommt. Also wie gesagt, die machen halt immer noch so viel Lärm, als ob eine Schiffschraube an wäre. Ja. Und das macht für mich irgendwie keinen großen Sinn. Ist doch alles still. Bist du am Kochen? Hm. Nee, der kocht aber nicht, oder? Also ist es am Kochen, das Wasser. Ich sehe das doch von hier, dass das kocht, das Wasser. Ja. Kann man das irgendwie ausmachen? Ich meine, das ist ja nicht super laut, muss man sagen. Aber warum, ne? Die Maschinen sind alle aus. Da hört ihr es? Bist du den Motor am warten? Ja, der arbeitet am Motor, der Trottel. Der schraubt am Motor rum jetzt. Kapitän? Posten verlassen. Ähm. Wie kann ich dir? RK-Loi. Ich habe mir jetzt zur Reparatur, zur Schadenskontrolle gemacht. ADM-Stress. Geräusch-Signatur. Besatzung. 74 Dezibel. Hast du auch gerade irgendwas am machen? Die machen mich eigentlich fertig. Ich glaube, man kriegt das nicht weg, die 74 Dezibel. Vielleicht hinkt's auch am Schrober. Zu Befehl. Das lautet zu Befehl, hilft wahrscheinlich auch nicht. Also ich könnte es euch nicht sagen. Vielleicht ist auch das Luken öffnen und schließen. Vielleicht ist das Atmen. Ich weiß nicht, wie man es wegbekommt. Ich muss das mal googeln. Egal, aber es hat ja gereicht. Die Zerstörer haben ja offensichtlich alles verloren an Ziel. Das heißt, wir fahren jetzt hier im Schleichkurs da vorne weg und dann auch langsam auftauchen. Ich glaube, dass er sicher ist. 140. 120. 180. 60. RK-Loi. 40. Warte, 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 du bist am Funkgerät, ne? Warte, warte, warte. Was war das? Warte, warte, warte. Du bist am Funkgerät, ne? Der ist am Funkgerät, der Trottel. Du sollst ja nicht am Funk sein, du Idiot. Der ist am Funkgerät. Okay, jetzt mal richtig. Ist der dumm. Ist der am Funkgerät, ich dachte, ich krieg's nicht richtig mit. Ja, das ist eine Schiffsschraube vom Zerstörer. Aber wir sind jetzt eh ganz oben, ist eh egal. Jetzt kann es doch wieder ein Funkgerät, meinetwegen, gehen. Das ist mir wurscht. Ich muss ja jetzt noch diese paar letzten Kilometer abfahren. Und dann können wir nach Hause. Diesel wieder anmachen. Und dann weiter weg. Alarm aus. Rechte Befehle beenden und normale Beleuchtung ist gut für die Moral. Kreiselkompass, um die Positionsbestimmung zu machen. Ich weiß gar nicht, was der Ventilator macht. Luftqualität steigern. Ihr wart ja gerade unten, das können wir machen. Wasser haben wir kleines Dring gehabt. Und dann den Dieselkompressor anmachen. Klar, Schiff machen, würde ich sagen. Jetzt könnt ihr wieder in anderen Torpedos rumspielen. Können wir nicht drüber hinweg, wie viele Torpedos ich verhauen habe. Für nix. Also ich denke immer noch, dass die, ich habe wahrscheinlich die falschen Chips-Typs ausgewählt und dann die Distanz eben deswegen falsch gemessen und deswegen kam das so. Und die Distanzmessung mit der Karte ist vielleicht auch nicht ganz akkurat, weil das ja ebenfalls falsch war. Also ich vermute, dass es dahingeht. Ihr könnt gerne mal beischreiben, vielleicht übersehe ich irgendwas anderes. Aber ich denke, dass das daherkommt. So Moral sollte sich langsam wieder lösen. Die Maschinenleute sind sicher auch glücklich, dass es wieder laut ist. Die mögen, glaube ich, so was. Also alles in Ordnung. Okay. Und zurück in den Heimathafen. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber okay. Melden. Ich weiß immer noch nicht genau, worum man das nicht immer aktivieren kann, wovon das abhängt. Sollte das nur unter Wasser gehen? Das wäre aber auch irgendwie komisch, oder? So, die letzten Kilometer machen wir noch hier. Und dann geht es ab nach Deutschland. Wie sieht es denn aus mit dem Krieg? Oh, die haben wir uns entdeckt. Aber ich mache nicht noch ein Versenken. Polen wird noch erobert. So, wir haben unsere Mission erfüllt und fahren zu Hause. Zwei Tage später sind wir im Hafen. Jetzt will ich aber in Ordnung, ja? Wir haben den dritten gerade den Sonar geklaut, worum auch immer der über Wasser transportiert wurde. Wille ins Hafen. Schreibt man das so? So, wie wird F? Dumm, 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 dumm. Aber was für eine große Party. Die übertreiben wir uns mal nicht, oder? Der hatte Zigarre. Paff, der. Ja, mit dem Ton ist es ein bisschen komisch im Spiel. Ich frage mich nicht, woran es liegt. So, Eiserne Kreuz, zweite Klasse. Leben gerettet. U-Boot, Kriegsabzeichen. Das U-Boot, Kriegsabzeichen wird im Besatzes-Mediter vergeben, die an zwei Kriegspatrouille teilgenommen haben. Sehr schön. Eiserne Kreuz, zweiter Klasse. Dopedo, Ziellösung, Empire Cephyr für den Frachter, den der man davor versenkt. Und natürlich das Kriegsabzeichen. An der fahrene Crew jetzt. Der hatte eben auch aufgelevelt, der eine. Und der Kapitän, Klaus Graf, Auszeichnung, Eiserne Kreuz, erster Klasse. Genau. Also den Cephyr haben wir gemacht, die Dronning Maut haben wir gemacht. Und den Auftrag abgeschlossen. Und das Kriegsabzeichen natürlich. Sollte der doch eigentlich schon haben, oder? Der ist ja Kapitän, der war sicher schon mal auf See. So, der Stonagekrieg. Man kann das mit Bild auf und runter, kann man das hier ein bisschen kleiner machen. Die größte Schwachstelle der britischen Empire ist seine Verflechtung und Abhängigkeit zum Seehandel. Unsere U-Boot-Kräfte sind ein besonderes geeignet, Schwachstelle zu attackieren, indem sie Handelswege blockieren. Genau. Also 11.000 Tonnen, 11.814 Tonnen gemacht und 50.000. Ich hätte tatsächlich ja mehr versenken können. Also wie gesagt, jetzt gerade, das war ja Käse, ne? Also ich habe das wegen diesem Sonar, ich habe den halt als wichtig erachtet. Sonst hätte ich natürlich mit meinen Torpedos auch zwei, drei Schiffe torpedieren können, auftauchen und dann mit der 8.8 rumballern wie so ein Weltmeister. Ich glaube, das ist eine 8.8 derzeit auf dem Deck, oder? Dann kann ich gleich noch upgraden, habe ich eben gesehen. Aber ich glaube, wenn die aufgetaucht wäre, wäre ich auch gestorben, oder? Also, ich meine, da waren ja zwei Zerstörer und der eine war keine zwei Kilometer entfernt. Also wahrscheinlich hätte ich auftauchen nicht überlebt. Aber für den Krieg hätte ich es gemacht. Ja, um es so nahe zu machen, hätte der Torpedo nicht getroffen, der letzte. Aber ich hätte sicher noch einen zweiten ritten Torpedo. Ich habe ja vier Torpedos abgefeuert, die sind sehr grauenvoll. Hätte ich sicher schaffen können. Norwegisches Schiff. Ja, wahrscheinlich haben die Norweger das so nah dann entwickelt und wollten das nach England bringen. Deswegen haben die das gemacht, vermute ich mal. Alle aufgelevelt. Aber das machen wir dann im nächsten Teil alles. Auch Schiff reparieren und so. Mal gucken, dass wir die Crew ein bisschen machen. Und dann muss ich herausfinden, wo der Lärm herkommt, den die immer wieder machen. Und warum die unbedingt die Torpedos laden, wenn wir halt blaues Licht haben. Was ja bedeutet, dass sie alle die Schnauze halten sollen. Und dann schiebt der halt ein Torpedo ins Rohr. Da kommen wir immer noch nicht drüber hinweg. Das machen die andauernd. Das kann ich nur verhindern, wenn ich die Torpedoladewand schaffe, eben zur Reparatur ausseine. Und dann kann ich nur hoffen, dass nichts repariert werden muss. Na gut, egal. Die Fahrt war auf jeden Fall erfolgreich für den U48. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.